Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Johnny's World. Heute mit Teil 2 des Xingbao Sets XB01004 der Martial Arts Cool aus der Chinatown Serie. Ja und so weit sind wir hier in Teil 1 gekommen. Da haben wir schon quasi das komplette Erdgeschoss gebaut. Wir haben hier den Bürgersteig fertig. Wir haben hier einen schönen Innenraum gebaut wo halt trainiert werden kann und wir haben das Erdgeschoss gebaut hier in dem Bereich wo dann die Meister oder die Sensei so ein bisschen sitzen. Dann haben wir hier rundum, jetzt hätte ich mich fast neben den Stuhl gesetzt, haben wir rundum so ein bisschen nette Grünanlagen angelegt und halt hier schön diesen typischen asiatischen Stil mit diesen Pagodendächern. Ja und jetzt kommen wir hier im zweiten Teil dazu, dass wir hier diesen Aufbau hier noch drauf bauen und das ganze soll ja hinterher so aussehen. Das heißt da ist auf alle Fälle noch eine volle Ladung Chinese Overkill die hier auf uns zukommt und ich bin darauf gespannt. Bis jetzt haben wir hier wirklich sehr schöne Bautechniken gehabt. Wir haben hier schöne Detaillösungen verbaut und ich bin gespannt wie es jetzt hier oben weitergeht und ob ich noch mal wieder mit der Farbwiedergabe der Bauanleitung so reinfalle, wie das hier innen drin bei dem Schrein passiert ist. So jetzt haben wir hier unsere zwölf Tüten, die dieser Baustritt hat, hier auf unsere Tellerchen verteilt. Ich habe teilweise zwei Tüten zusammen in ein Tellerchen geschmissen, weil das wirklich immer nur so Kleinmengen waren. Ja und jetzt wollen wir mal loslegen und hier aufstocken. Ja und es fängt hier wieder an, indem wir hier Puzzle verlegen, was ich ja eigentlich gar nicht so gerne mag. Ja und dann wird das überbaut und dann kriegt das Ganze hier einen schönen Parkett. Jetzt haben wir hier unsere Tütchen für den Baustritt auf unsere Tellerchen verteilt. Zwölf Tüten waren es. Ich habe die teilweise zusammen hier in ein Tellerchen geschmissen, zwei Tüten, weil alles was rot war, war einer und der andere. Das sind teilweise wirklich sehr kleine Tüten. Da hätten sie sich wirklich ein bisschen Plastik sparen können. Ja und es kommt eine Menge Plastikmüll leider bei diesen ganzen Tüten zusammen. Ansonsten ist das ein relativ großer Bauschritt. Also was wir hinterher noch über haben, das sind nochmal zwei Bauschritte. Das ist gerade mal das hier. Also das hier ist jetzt wirklich der Hauptbauschritt, der auf uns zukommt. Und in dem entsteht ja auch dann hier, haben wir das Bild, mehr oder weniger die ganze Oberetage und dann hinterher in den anderen beiden Schritten noch das Dach, was oben drauf kommt und der Drache. Ja, wir sind jetzt hier auf Seite 83 und haben gerade den zehnten Bauschritt hier von der ersten OG hinter uns. Ja und auch hier setzt sich fort, was wir unten im Erdgeschoss hatten, die Passform hier der Steine. Also die, ja man sieht es hier, die könnte ein bisschen besser sein. Also die genaue Abmessung der Steine, vielleicht ist das jetzt hier Beweis besonders auffällig. Ich weiß nicht, ob das bei anderen Farben dann auch so extrem ist. Ist auf alle Fälle ein bisschen mau. Die würde ich mir ein bisschen besser wünschen. Ja, man kann hier mal versuchen, indem man dem dreht, das vielleicht ein bisschen besser hinzukriegen. Aber eigentlich sollte das besser aussehen. Egal, wie man es draufsetzt. Ja, so sieht es ein bisschen besser aus. Also scheinbar muss man hier wirklich darauf achten, in welcher Baurichtung man die Steine aufbringt. Dann kriegt man ein bisschen homogenere Fläche hin. Ja und was mich noch wirklich richtig, richtig, richtig ankotzt, ist vielleicht das falsche Wort. Aber ärgert sind hier die Spaltmaße bei den Fliesen. Also wer auch immer hier die Spritzwerkzeuge für diese Fliesen gemacht hat, der hat einfach nicht auf die Spaltmaße untereinander geachtet. Der hat hier munter ein Spritzwerkzeug für die jeweilige Fliese gemacht und nicht darüber nachgedacht, dass die auch mit anderen Fliesen irgendwo zusammen arbeiten muss. Und das hier ist ja wohl ein Witz, oder? Das haben wir schon mal besser gesehen. Auch hier aus diesen Werken. Also auch von dieser Firma. Ja, jetzt bauen wir hier schon so ein bisschen Inneneinrichtung. Und hier habe ich was, das finde ich richtig cool. Und zwar haben die hier Seitendrucke, diese ersten Jumperplates und Fliesen. Einmal hier die Fliese und einmal hier die Jumperplates. Sodass das aussieht, als wenn das Bücher mit geprägten Rücken wären. Dann gibt es dann hinterher hier auch nochmal in blau. Das sieht natürlich mal richtig cool aus, ne? Finde ich eine schöne Idee. Ich weiß nicht, hat das bei euch schon mal einer in irgendeinem Lego-Set gehabt, oder ist das jetzt hier ein Ding, wo die selber drauf gekommen sind? Würde mich interessieren. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob es Bücher sein können. Können natürlich auch irgendwelche China-typischen alten Schriftrollen oder was auch immer darstellen sollen. Ich weiß es nicht. Aber auf alle Fälle sieht das toll aus und werde auch so in manchem anderen Bücherregal sich gut machen, was man sonst so baut, ne? Finde ich interessante Steine. Und dann haben wir hier leider eine Sache. Das wird ja hier mit so eingesteckten C-Klemms. Da kommen hier die Schwerter hier rein. Die hier sitzt bombenfest. Das ist super. Die hier, die hat leider gar keinen Halt. Da werde ich gleich mal schauen, ob das an den Brick-Modified liegt oder hier an der C-Klemm. Ich weiß es nicht genau. Auf alle Fälle ist das hier, tja, ein bisschen mau. So, da haben wir ein schönes Regal gebaut und haben hier jetzt drinnen quasi die vollständige Ausgabe des chinesischen Brockhaus in Leder gebunden. Sehr schön. Ein bisschen doof ist, dass die quasi frei im Regal schweben. Lässt sich aber mit dem Noppenabstand leider nicht anders machen. Ja, außerdem haben wir dann hier noch den Beweis dafür, dass man wohl auch in China, wenn man an Kampfsportturnieren teilnimmt, diese schönen Staubfänger hier gewinnt, wenn man da irgendwie eine Platzierung kriegt. Und an dieser Stelle möchte ich mal ganz stolz erwähnen, dass ich auch mal zu meinen besseren Zeiten Vizemeister im Formenlaufen Softstyle war. Ja, in meiner Altersklasse. Ich meine, okay, so richtig stramm war die Leistung nicht, weil es waren nur zwei Teilnehmer in meiner Altersklasse. Aber ich kann von mir behaupten, ich war mal deutscher Vizemeister. Ja, so viel zu meinem sportlichen Werdegang und meiner sportlichen Karriere. Ja, deswegen bin ich dann auch auf Klemmbausteine umgestiegen. Ah ja, übrigens, ich habe jetzt hier eine andere C-Klemm reingemacht. Es lag wirklich an den schwarzen Dingen hier. Also sind jetzt beide fest hier. Die halten jetzt beide. So, jetzt haben wir hier auch schon so ein bisschen Sitzmöbel und ein kleines Tischchen gebaut. Alles wunderbar. Und jetzt haben wir hier die erste Seitenwand. Ja, und die wird nicht irgendwie hier festgemacht. Nee, die wird hier einfach auf zwei Stats draufgepackt und schwebt dann hier so quasi im freien Raum. Ja, da sieht man mal, was für eine leichte Bauweise die so in Asien haben. Ja, da braucht es keine Unterfütterung und nichts. Das hält alles auf zwei Noppen. Oder auch nicht. Wir werden sehen. Ja, ich vermute mal, dass das irgendwie hinterher noch, ich hoffe mal, von hinten auch und von unten ein bisschen stabiler gemacht wird. Weil so ist das gerade jetzt doch eine sehr flatterhafte Geschichte. Ja, hier haben wir jetzt so einen schicken kleinen Hausschrein gebaut. Ich habe jetzt leider nicht genug Ahnung von der chinesischen Mythologie oder Religion, um zu wissen, was es genau mit diesem kleinen Männchen hier auf sich hat. Aber nett ist er gemacht. Ja, und der Raum sieht jetzt wirklich gemütlich aus. Da kann man dann schon seine zukünftigen Schüler hochführen und hier zu einem jahrelang andauernden Trainingsvertrag überreden. Läuft. Ja, ich meine, wir alle wissen, die Sportschulen tendieren dazu, Jahresverträge zu machen, damit sie dich auch richtig schön lange binden können. Funktioniert auch immer ganz gut. Das wird hier wahrscheinlich dann auch so ablaufen. Ja, und dieses Teil hier ist nach wie vor immer noch nur mit zwei Noppen hier fest und fällt mir deswegen dauernd ab, sobald ich das Ding bewege. Ja, eben gerade beim Hochheben wäre es mir fast runtergefallen. Ja, deswegen werde ich es jetzt erstmal noch weiter an die Seite packen, weil es ist auch nervig. Jedes Mal, wenn man hier was draufbaut, löst es sich hier wieder. Ist ein bisschen doof. Ja, weil jetzt kommt nämlich was, wo ich mich eigentlich richtig drauf freue. Und zwar hier die Art, wie diese typisch asiatischen, typisch chinesischen Fenster bauen. So, jetzt haben wir hier unser erstes chinesisches Fenster gemacht. Sieht eigentlich ein bisschen aus wie ein Hobbit-Fenster, aber ich finde es schön. Problem ist, es passt nicht wirklich. Also, wenn man sich das hier anguckt, da ist oben ein Luftschlitz. Aber es sollte eigentlich von der Grundidee her, ich zeige es euch mal hier auf der, sollte es oben abschließen, so halbwegs jedenfalls. Tut es aber nicht. Also irgendwas habe ich entweder falsch gemacht oder es ist in der Planung falsch. Ich bin mir aber noch nicht so ganz sicher, was da schief gelaufen ist. Einfach mal zur Verdeutlichung, wie das Ganze funktioniert. Wir haben hier unser Fenster Inneres gebaut. Das wird hier reingesetzt, in diese Führungsschiene. Und das wird dann einfach nur hier quasi als Sicherung vorne vorgesetzt. So weit, so gut. Nur, ihr seht wieder, hier entsteht dann dieses Lüftungsding. Und das ist genau hier die eine Studbreite, also die eine Platebreite, die hier quasi drin ist. Wenn man die weglassen würde, würde das Ganze hier richtig schön rund werden und es würde oben abschließen. Aber dann passt es hier nicht. Also, ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Wenn einer von euch das Haus schon gebaut hat, ist das bei euch auch so? Und wenn nicht, was habe ich hier falsch gemacht? Schreibt es mir bitte unten rein. Es würde mich interessieren. Ich habe hier jetzt gerade viele Stunden rumgeknobelt und ich bin nicht drauf gekommen, was ich falsch gemacht haben könnte. Egal. Ein bisschen Belüftung im Zimmer ist ja auch immer eine schöne Sache. So, jetzt haben wir hier so einen 1A Fliegenvorhang gebaut. Ja, erinnert so ein bisschen hier an diese Porlenvorhänge. Ja, okay. Jetzt haben wir hier so einen 1A Perlen... Nein. Jetzt haben wir so einen 1A Fliegenvorhang gebaut. Erinnert so ein bisschen an diese Perlenvorhänge aus den 70er Jahren. Ja, der ist dann hier, wenn man auf diesen Balkon rausgehen will, geht man da durch, um hier in diesen Raum rein zu kommen. Das Ding hat übrigens immer noch nur zwei Noppen Kontakt zum restlichen Gebäude. Aber das ändern wir jetzt, weil jetzt haben wir hier einen ganzen Sprung Fliesen. Die kommen jetzt hier vorne quasi flächig vorne vor und dadurch kriegt das Ganze dann endlich ein bisschen Halt. Ja, und das sind jetzt wieder die Bordeaux-roten Fliesen, die wir hier verbauen. Und ich bin eben schon wieder drauf reingefallen hier zwischen Braun und Bordeaux. Es ist einfach schäbig zu erkennen. Jemand hat hier geschrieben unten in den Kommentaren, ich müsste wohl farbenblind sein. Das würde man super erkennen. Da bin ich aber gut der Gesellschaft, was die Farbenblindheit angeht, weil ich habe da mittlerweile drei Kunden hier im Laden gehabt, die mir genau dieses Phänomen auch bestätigt haben und die auch genau den gleichen Fehler bei diesem Tisch unten im Erdgeschoss gemacht haben. Und ich hatte hier das gleiche gerade eben wieder. Ich hatte da erst eine braune drauf und da muss auch dieses Weinrot drauf. Das braune brauche ich dann hinterher an anderer Stelle. Und was soll ich sagen? Also das ist, finde ich, echt schlecht dargestellt. Ich habe auch festgestellt, dass teilweise hier die Fliesen und die dunklen Sachen schlecht zu erkennen sind, wenn ich die Brille aufhabe. Wenn ich es absetze, kann ich es besser sehen. Ich vermute mal, dass der UV-Filter von der Brille da irgendwas mit zu tun hat oder was da genau falsch läuft. Jetzt sag nicht, deine Brille ist einfach nur schmutzig. Nein, ich habe sie zwischendurch auch mal geputzt, daran lag es nicht. So, jetzt haben wir hier das Ganze schön gefließt und dadurch wird das alles ein bisschen haltbarer. Allerdings im Moment gerade hauptsächlich dadurch, dass ich die Platten, die ich bis jetzt noch nicht gebraucht habe, hier als temporäre Unterfütterung genommen habe. Sonst war das nämlich echt schäbig hier, die Fliesen drauf zu machen, weil sich das in alle Richtungen verbogen hat, weil das ja hier freischwebend und da ist was drunter und so. Das war ein bisschen doof, deswegen habe ich die jetzt hier als temporäre Stützen unterbaut, so dass man das vernünftig da drauf drücken konnte. Das hat ganz gut funktioniert. Also wenn ihr das hinterher auch mal bauen solltet, hier das Set, den Tipp solltet ihr beherzigen. Ja, jetzt haben wir hier schon so ein bisschen Bling-Bling-Geländer gebaut, schön in Deutschlandfarben, schwarz-rot-gold. Ja, und hier schon die Stützpfeiler hinterher für das Überdach. Hier oben haben wir ein bisschen was eingezogen. Ja, so langsam kriegt das Ganze auch ein bisschen mehr Stabilität, aber ich bin nach wie vor sehr zufrieden mit mir selber, dass ich hier meine temporären Hilfsplättchen drunter gelegt habe, sonst wäre das ganze Bau nicht halb so spaßig. Ein witziger Fakt übrigens hier, die schwarzen Blüten in den Geländern, ja, die sind auch hier in der Bauanleitung in schwarz abgebildet und auf der Verpackung hier sind sie in grün. Und nein, ich habe keine rot-grün-Schwäche, sonst wäre das für mich alles ein Einheitsbrei hier in der Darstellung. Ja, da haben wir es fertig, das Obergeschoss. Das Set an sich noch nicht, wir haben noch zwei Bauabschnitte vor uns. Der nächste ist dann der fünfte Bauabschnitt, in dem wir dann hier das Dach bauen. Aber schauen wir uns erst mal an, was wir geschafft haben. Das Erdgeschoss hatten wir ja schon im ersten Teil des Videos fertig und jetzt haben wir hier das erste Obergeschoss fertig. Sieht rundum schon nett aus. Ja, und ich sage mal, in der Gesamterscheinung stören einen dann hinterher hier diese Ungleichheiten in den Steinen eigentlich nicht mehr so sehr. Was mich allerdings sehr stört, und das ist einfach mal ein Fehler hier in der Bauart an sich, dass diese Wand und diese Wand erst hier oben überhaupt zusammen sind. Ja, das heißt also, dass die in dem Bereich gar nicht zusammenhängen. Das ist ein bisschen instabil. Man merkt es jetzt so im Umgang nicht, aber wenn man dann so ein bisschen da dran zieht, dann fällt das schon auf. Ja, das ist bauartbedingt, sagt man da glaube ich für. Aber ich hätte mir gewünscht, dass es irgendwie anders gelöst worden wäre. Aber nun gut, es ist halt wie es ist. Schön finde ich hier den Bereich. Das ist wirklich bling-bling. Richtig hübsch. Mit diesen ganzen vielen kleinen Details hier, mit dem Perlenvorhang, diesen hübsch gestalteten Fenstern. Auch wenn ich nicht weiß, was ich falsch gemacht habe, oben das Loch ist mir leider erhalten geblieben. Warum auch immer. Vielleicht hätte man da das Ganze in 3x3 noch oben weiterziehen müssen oder so. Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle haben wir schon eine ganze Menge geschafft. Ja, und wie schon gesagt, jetzt im fünften Bauabschnitt, da machen wir jetzt das Dach drauf und das wird nochmal eine ganz schöne Quälerei, weil da ganz viele hier von diesen kleinen grünen Slopes sind, die verbaut werden müssen. Ich denke mal, das wird ein hartes Brot. Aber wer schön sein will, beziehungsweise ein schönes Haus haben will, der muss leiden. Und wo ich mich richtig darauf freue, sind hier oben diese Details. In dieser goldfarbenen Sache. Das sieht schon schön aus. Jetzt habe ich hier meine Tütchen für den fünften Bauabschnitt wieder auf meine Tellerchen gepackt. Neun Tüten haben wir insgesamt. Und jetzt kommt hier das Dach oben drauf wieder mit ganz viel Bling Bling. Wir sehen es hier schon auf der Verpackung. Ja, und es sind gerade mal 15 Seiten, die wir jetzt hier für dieses Dach noch brauchen. Wir sind nämlich schon ziemlich weit gegen Ende. Ja, 130 Seiten haben wir insgesamt. Wir sind mittlerweile auf Seite 105 bzw. 104. Es geht also langsam, aber sicher dem Ende entgegen. Junge, Junge, die Dachkonstruktion ist aber auch hier mal ein wildes Ding. Also das sind alles hier Einzelteile, die jetzt quasi hier durch das Überbauen mit den schwarzen Plates hier quasi hinterher zu einem Dachkonstrukt werden. Interessant. Aber scheiße zu bauen. Entschuldigung. Nicht schön zu bauen, weil hier schiebt sich die ganze Zeit was auseinanderdauernd rutscht, was irgendwo anders hin. Naja, egal. Unterm Strich wird es, glaube ich, hinterher eine ziemlich coole Sache werden. Es ist halt mal was ganz, ganz anderes, als wir das von den anderen Modularhäusern kennen, wenn wir da Dächer bauen. Das hier ist mal eine komplett andere Bautechnik. Interessant. Nicht unbedingt besser, aber definitiv interessant. Ja, hier haben wir das Dach soweit jetzt fertig. Und man sieht hier von unten, dass das lauter Zweier zu irgendwas Plates sind, die hier übereinander in Treppenformation aufgebracht worden sind. Das Ganze ist erstaunlich stabil. Einzig hier an der Seite sieht man, dass hier halt nicht nochmal irgendwie was quer verstrebt worden ist oder irgendwie nochmal eine Verstärkung gekriegt hat. Das ist nicht so schön. Ich hoffe mal, auch hier an der Stelle. Ich hoffe mal, es ist trotzdem stabil genug, weil eigentlich braucht es ja nichts halten. Es wird hinterher draufgelegt und fertig. Trotzdem hätte ich es schön gefunden, wenn hier irgendwie nochmal eine Verbundlage drunter gekommen wäre. Ich hatte ja schon mal angelegentlich durchklingen lassen, dass ich Kettenknüpfen bei Klemmbaustein-Panzern eigentlich eher nicht so super spannend finde. Aber ich kann euch sagen, gegen diese Tätigkeit hier mit diesen Slopes und den einmal 1-Stats hier, dagegen ist Kettenknüpfen quasi so vergnüglich wie Käsekuchen essen. Also das hier ist wirklich meine Arbeit. Und ich habe gerade mal die Hälfte fertig. Oh Mann. Naja, aber dafür sieht es gut aus. Ein bisschen doof ist, dass es hier halt einmal eine ungleichmäßige Lücke dazwischen gibt. Aber das ist einfach der Anzahl der Stats hier geschuldet. Aber ansonsten macht das was her. Und wenn dann jetzt hinter hier noch die goldenen Slopes drauf kommen, ach, dann ist das richtig herrlich. Bling-bling. So, dann haben wir es fertig, das Dach. Und puh, das war wirklich mal... Also mein Daumen, der tut echt weh. Von gut 500 kleinen Teile sind das, die wir hier verfeuert haben. Das erklärt auch, warum das Haus so vielteilig ist mit 2882 Teilen. Ja, alleine mit dann hier noch den anderen sind wir weit über 600 Teile nur hier von diesen kleinen Slopes und einmal 1-Plates, die wir hier verbauen. Naja gut. Ist trotzdem schön. Dann haben wir hier jetzt, da kommt der Aufkleber drauf. Das ist das Schild, was hier vorne dran kommt. Und ja, was ich jetzt nicht ganz verstehe, warum die hier 3 2x2 Goldplates dafür nehmen, um es dann zu überkleben. Da hätte man eigentlich auch einfach eine große Fliese irgendwie drüber setzen können. Egal welcher Farbe. Naja, ist wurscht. Ich friemel jetzt den einzigen Aufkleber, der hierbei ist, mal da drauf und mach das fest. Und dann sehen wir, wie das Ganze hinterher aussieht. So, jetzt haben wir das Dach drauf. Sitzt auch soweit ganz gut. Und hier haben wir gerade ein kleines Schwachteil oben an der Dachkonstruktion, was zum einen ein sehr schönes Teil ist, nämlich hier dieser kleine Deko-Drache. Nur haben die Jungs, die das hier geplant haben, hier oben einen Jumper-Plate in Gold draufgesetzt, wo der dann halt hier mit seinem eigenen kleinen Minitube dann draufkommt. Und das hält gar nicht. Hätten die jetzt hier eine 2x2 Plate wieder draufgesetzt, was ja genauso gut gegangen wäre, wäre das viel stabiler gewesen. Also ich sag mal, um da ein bisschen mehr Halt drauf zu kriegen, kann man den versetzt auf die eine Noppe setzen. Dann steht ja nochmal ein bisschen mehr raus. Finde ich, sieht eigentlich auch ganz nett aus. Ist aber auch nie wirklich super haltbar. Also ich sag mal, da eine 2x2 Plate in Gold wäre wahrscheinlich nicht nur der goldene Mittelweg, sondern die ideale Lösung gewesen. Im letzten Bauabschnitt haben wir jetzt nochmal 5 Tüten. Drei habe ich hier auf meine Tellerchen verteilt und in zwei Tüten haben wir hier die restlichen Minifiguren drin. Ja und was wir jetzt eigentlich noch bauen, sind halt wirklich hier zwei von diesen großen chinesischen Trommeln, sieben Minifiguren plus den Drachen und zwei Drachenträgern. Ja und das war es dann eigentlich. Die Trommeln kommen hier vorne noch vor und achja, hier das Schild, das fällt mir immer wieder runter. Ich weiß gar nicht, ob ich es dran lassen soll. Ich finde, das sieht eigentlich so viel besser aus. Na, muss ich ja jetzt nicht abschließend entscheiden. Erstmal bauen wir jetzt unsere Mannekes alle noch zusammen. Ja, also der Zusammenbau der Figuren ist wirklich so, dass man sich eigentlich fast wünscht, nicht so viele Figuren dabei zu haben. Wir haben jetzt hier 10 Stück. Das heißt, man muss zehn Mal hier die Arme reinbauen. Das klappt soweit ganz gut, aber so nach und nach ist das dann wirklich so, dass die Finger davon wehtun, weil es braucht schon ein bisschen Kraftaufwand. Witzig ist auch, dass manche Beine zusammengebaut sind, manche nicht. Hier sind alle Köpfe drin, dafür waren hier wenige Unterkörper und Frisuren drin. Also die sind auch relativ wild verteilt hier auf diese beiden Tüten. Ja und warum, weiß ich auch nicht. Aber unterm Strich muss ich sagen, sehen die Figuren hinterher eigentlich ganz gut aus. Und ich mag die. Von der Qualität sind sie auch okay. Und dass man halt die Arme dann hier auch zum Seiten bewegen kann, das finde ich echt schon mal einen echten Mehrwert. Ja und... Ich wünschte mir, das könnte man bei den normalen Minifiguren von Lego auch. Ja, da haben wir sie hier fertig, unsere Mannekes. Und bis auf, dass mir der Daumen jetzt ein bisschen weh tut, aber das ist natürlich jetzt auch das Kumulierte hier aus dem Dachzusammenbau und jetzt hier den Arm reindrücken. Muss ich sagen, gefallen sind mir ganz gut. Die Gesichter sind ganz niedlich. Ja gut, hier von der Blondine so ein bisschen grenzdebil. Aber zum Beispiel hier die Brünette, die ist echt süß. Ja, gefallen mir gut. Die Drucke sind von der Qualität auch in Ordnung. Schön ist, dass auch teilweise auf den Armen Drucke sind. Hier sieht man das bei dem Anzug. Ja, dann haben wir hier bei ihr einen kleinen Drachen an der Seite. Hier der Taylor, der hat hier so ein bisschen Muster auf dem Arm. Hey, habe ich übrigens vertauscht. Die Muster auf dem Arm waren eigentlich für sie und er sollte den Drachen haben. Aber ich finde es so rum eigentlich sogar noch schöner. Ja und auch sieht süß aus hier mit ihren floralen Mustern auf ihrem Oberteil. Also gefallen mir rundum wirklich gut. Die Qualität ist dann auch in Ordnung. Die meisten sind von hinten dann auch noch mal ein bisschen bedruckt. Ja, auch ganz nett. Ah ja und hier unsere schulterfreien fleischfarbenen Teile. Ja, da waren jetzt hier bei diesem hier noch mal wieder zwei schwarze bei. Die werde ich dann gleich mal in Ruhe austauschen, so dass das dann auch passt. Das ist ja auch eine komplett schwarze Jacke anhat. Also da gibt es nichts dran zu meckern. Völlig okay. Ja und jetzt bauen wir hier unsere beiden großen Trommeln und dann noch den Drachen. So und dann sind wir eigentlich schon durch. Jetzt haben wir hier die großen Kampftrommeln oder wie auch immer man die Dinger nennt hier fertig. Die stehen links und rechts vom Eingang von der Kampfsportschule und ich finde die immer schon beeindruckend, wenn die wirklich richtig vom professionellen Trommeln gespielt werden. Das ist schon immer ein Hingucker. Ja hier die Bautechniken bei diesem Tanzdrachen, die sind eine mittelschwere Katastrophe. Hier wird fast alles nur über eine Noppe gehalten. Ja, das ist ja schon nicht so super stabil. Das höchste Gefühl sind mal zwei Noppen. Und was wirklich richtig doof ist, dass ganz viel hier mit Jumperplates und diesem kleinen Mitteltube gearbeitet wird und das hält man so gar nicht. Gerade hier, das wo die goldenen Dreiecke hier dran hängen, das löst sich sofort immer, weil das auch nur hier mit diesem kleinen Mitteltube in der Jumperplate drin sitzt. Und sobald man das Ding irgendwie falsch anpackt, fällt das wieder auseinander. Das kann nicht raus, weil das ist hier quasi eingeklemmt zwischen anderen Plates. Ja, aber Bauspaß ist anders. Ja hier der Drachenkopf, der entschädigt so ein bisschen für, ich sag mal, den nicht so schönen Körper. Und der ist wirklich für die Größe sehr schön gemacht. Und der ist auch haltbarer. Also da fällt nicht so schnell was ab. Da werden wirklich schön Sachen übereinander gebaut, überlappend und das ist gut. Der ist auch recht haltbar. Den finde ich ganz gelungen. Jetzt werden wir den hier, das ist auch wieder so eine Sache, der hängt jetzt hier mit einer Noppe quasi hier über die C-Clamp am Körper dran. So richtig gut gehen kann das eigentlich nicht. Naja gut. Aber egal, ich baue ihn jetzt zusammen und dann sind wir auch schon fertig. So, dann haben wir dann fertig unseren Drachen. Und ja, wie schon gesagt, den Kopf finde ich schön, den finde ich gelungen. Den Rest ist okay. Ja, ist halt ein Tanzdrache. Irgendwie. In sehr fragil. Ich wüsste jetzt nicht, was ich mit dem machen sollte. Auch wenn ich mir hier schön mehrere von den China-Town-Häusern zusammensetze zu einer schönen Diorama-Geschichte, ist der eigentlich über. Also, naja. Er war halt dabei. Wir haben ihn gebaut. Ihr habt ihn gesehen. Alles super. Ein größeres Problem bereitet mir hier dieses Teil hier. Und zwar das Schild, was hier oben dran ist. Das ist jetzt hier so fest und ich habe extra in der Bauanleitung nochmal geguckt. Das ist auch richtig so. Das Problem ist jetzt, wenn ich hier das Dach hier nehme und das da drauf setze, dann drücken hier diese grünen Dachbalken in Anführungszeichen genau da drauf und drücken das Schild quasi runter. Das hängt nur an zwei Noppen. Und wenn ich jetzt wirklich das richtig korrekt drauf setze, das Dach, dann drückt es das Schild hier ab und dann stürzt es mir in den Vorgarten. Und der ist so eng, da kommt man mit den Fingern kaum zwischen, ist er doof. Von daher bleibt das ab. Wer es gerne dran haben möchte, der müsste vielleicht nochmal hier einmal ein bisschen unterfüttern, damit es eine Plattiefe weiter runterkommt. Dann geht das. Weil hier drückt genau das Grüne drauf. Vielleicht, wenn man es ganz ordentlich macht, könnte man vielleicht sogar die Noppe in das Grüne rein oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, hier kommt es sich dann jetzt gegen. Also so oder so ist Uppe. Ich finde das aber auch echt über. Also das braucht man hier eigentlich nicht. Ich finde die Front so eigentlich sogar noch schöner, wenn dieses große Schild ab ist, weil hier steht eh schon was drauf. Und ich habe mal versucht, das hier übersetzen zu lassen. Es sind drei chinesische Wörter dabei rausgekommen, die mir der Google Translator nicht übersetzen wollte. Vielleicht habe ich etwas falsch gemacht. Ich kann es euch nicht sagen. So oder so, wir haben hier unsere Martial Arts School fertig. 2882 Teile haben wir gebaut, um das XB01004 fertig zu bekommen. Das hier ist übergeblieben. Gar nicht mal so wenig. Wir haben zehn mehr oder minder schöne Figuren. Also bei denen braucht man sich wirklich nicht beschweren. Die sind von der Qualität völlig in Ordnung. Es war ein bisschen pain in the ass, die Arme da rein zu packen. Ging aber alles und nachdem es dann erstmal drin war, sind die alle schön haltbar. Ich habe von einigen Kunden gehört, dass sie Probleme hatten, dass sie in die Arme immer wieder rausfallen. Kann ich jetzt so nicht bestätigen. Vielleicht habe ich da Glück gehabt und die anderen Pech oder wie auch immer. Aber ich kann ja auch mal Glück haben. Ist ja auch mal was Schönes. Das Haus an sich finde ich einfach bombastisch gut. Das sieht richtig schön aus. Das ist optisch ein echter Hingucker. Gut von hinten ist es halt eine schlichte Wand, wo ich mich ja schon ein bisschen darüber ausgelassen habe, dass mich die Spaltmaße von den einzelnen Steinen untereinander ein bisschen stört. Obwohl es jetzt so beim fertigen Haus eigentlich nicht mehr wirklich als so störend wahrgenommen wird, muss ich jetzt mal so sagen. Hier haben wir unseren schönen Innenraum mit dem Woodenman, dem Gewicht zum Trainieren, den verschiedenen Waffen. Hier im vorderen Bereich die Trommeln, ein schönes Eingangstor. Innen drin das Haus hatte ich euch ja während des Aufbaus gezeigt, aber ich kann es jetzt hier auch nochmal zeigen. Sehr schön finde ich übrigens das Dach auch geworden, auch wenn es wirklich keinen Spaß gemacht hat es zu bauen, ist es wirklich schön geworden. Weil das war wirklich repetitiv bis an Anschlag. Aber was soll ich sagen, es hat sich gelohnt. Innen drin haben wir dann hier schön den Wohnraum oder was auch immer man dazu sagen möchte hier mit einem kleinen Bücherschrank, wo ich halt hier die gedruckten Buchrücken sehr schön finde. Hinten im kleinen Schrein, hier so ein paar Deko-Waffen an der Wand, wirklich auch sehr schön gelöst. Und wenn wir das dann abnehmen, dann kommen wir hier zum Erdgeschoss mit unseren pflegeleichten Kunststoffpflanzen. Den sitzen, wo die Meister drauf sitzen und gucken können, wie die Jungs hier im Innenhof trainieren. So, jetzt habe ich gerade Unkraut gejätet hier. Schön die Treppe hoch. Also ich muss sagen, mir gefällt das Haus wirklich sehr gut. Ja, es hat ein paar Schwächen, definitiv. Aber, aufgemerkt, keine Fehlteile. Ich habe ja erst gedacht, es wären Falschteile, Fehlteile dabei, aber dem ist nicht so. Das hat sich ja wieder angefunden. Also mir fällt jetzt gerade so, ich habe jetzt natürlich zwischendurch immer mal ein paar Tage Pause gehabt beim Bauen. Mir fällt jetzt gerade nicht mehr ein, dass etwas gefehlt hätte. Und das finde ich gut. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, weil da hatten unsere Leute von Qingbao bis jetzt ja, oder auch Leppin kommt ja aus dem gleichen Hause, schon durchaus ihre liebe Not mit mit sowas. Und das haben wir jetzt hier nicht mehr. Das passt auch gut hier. Es sitzt vernünftig drauf. Keinerlei Verspannungen im Gebäude an sich. Alles tutti. Ja, schreibt mir mal unten in die Kommentare rein. Wie gefällt euch das Set? Wie gefällt euch die Serie? Habt ihr irgendwie Verwendung für sowas? Ich glaube, so im ersten Augenblick wird so mancher gedacht haben, China Häuser, was soll man denn damit? Ja, die passen ja nirgendswo rein. Aber ich finde halt mit diesen acht Häusern, die die im Programm haben, ist das wirklich eine schöne runde Sache. Und wenn man dann, ich sag mal, hier in Ninjago City und die Ninjago Docks noch dabei nimmt, dann hat man wirklich ein richtig tolles Ding, wo man sich da eine schöne Stadt rausbauen kann, die richtig was optisch hinterher macht. Ich persönlich finde das jetzt super, mir hat das Bauen sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr genossen, einfach mal einen anderen architektonischen Stil hier bauen zu dürfen. Und es wird nicht das letzte von den China Häuser sein, die ich gebaut habe. So viel steht für mich mal fest, weil ich habe wirklich eine Menge Spaß dabei gehabt. Und manchmal wünsche ich mir ja echt einen dritten Arm. Ja, ich weiß, ich könnte es auf ein Stativ machen, aber irgendwie habe ich da auch keine Lust drauf. Naja, okay, mache ich gleich ordentlich. Ja, das war es dann hier von meiner Stelle. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, mich hier so ein bisschen bei meinen Baueskapaden zu begleiten. Wenn ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert mich, drückt doch gerne auf die Glocke. Dann kriegt ihr mal mit, wenn ich was Neues hochlade. Und ansonsten bleibt mir nur, euch noch einen schönen Tag zu wünschen. Bis bald, tschüss. Alexa, Pause. So, wir sind jetzt hier auf Seite 82 und haben den neunten Bauschritt gerade hier hinter uns. Ne, war der zehnte. Ich war auch schon mal deutscher Vizemeister. Ja, jetzt haben wir hier so einen schicken kleinen Schrein, so einen Hausschrein gebaut. Ist ja jetzt nichts, was Belastung aushalten muss. Aber so rein für meinen Perfektionismus... Perfektionismus... ... ... ... ... ...